MAPAI ist der weltweit wichtigste Hersteller für Klebstoffe, Abdichtungen und chemische Produkte für das Baugewerbe. Wir bei MAPAI bringen Innovation in die Welt der chemischen Industrie. Wir ermöglichen den Bau der architektonisch modernsten Bauwerke und entwickeln Produkte, die unsere Lebensqualität schützen und verbessern. Wir sind das einzige Unternehmen weltweit, das jeden Bereich des modernen Baugewerbes abdeckt, von kleinen Bauwerken bis hin zu den größten Infrastrukturprojekten. Mit mehr als 1500 Spezialprodukten sind wir in der Lage, die besten Lösungen anzubieten und alle Anforderungen bekannter Designer und Bauunternehmen zu erfüllen. Wir haben 15 breit gefächerte Produktlinien mit qualitativ hochwertigen chemischen Produkten geschaffen, die sowohl für Neubauten als auch für Renovierungen von historischen Bauwerken verwendet werden. Unsere Systeme verbessern die technischen Eigenschaften von Gebäuden, von seismischen Modernisierungen bis hin zum Schutz der Verarbeiter und den Endverbrauchern. Die gesamte Arbeit von MAPAI basiert auf Forschung. Wir haben ein internationales Netzwerk aus 18 Forschungs- und Entwicklungszentren aufgebaut und haben enge Verbindungen zu den angesehensten wissenschaftlichen und industriellen Forschungsinstituten. Die jährliche Investition in diesem Bereich beläuft sich auf 5% des Jahresumsatzes und 12% unserer Beschäftigten. Die MAPAI-Gruppe besteht aus 68 Tochtergesellschaften auf allen fünf Kontinenten. Insgesamt sind mehr als 7.500 Mitarbeiter beschäftigt. In 64 Werken produzieren wir mehr als 20.000 Tonnen Tagesproduktion. Die Gruppe hat einen Jahresumsatz von 2,3 Milliarden Euro. Bei MAPAI wird Nachhaltigkeit gelebt, um Innovationen voranzutreiben. Wir arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen, um die Anforderungen der Bauunternehmen und Bauherren zu erfüllen. Alle unsere Produkte und Systeme erfüllen die wichtigsten internationalen Zertifizierungssysteme für Qualität, Umwelt, Gesundheit und Sicherheit, die von den wichtigsten, international anerkannten Instituten ausgestellt werden. Wir wissen, dass eine verlängerte Haltbarkeit dazu beiträgt, weniger Material- und Energieressourcen zu verbrauchen, um die Umwelt zu schonen und die Lebensqualität zu erhöhen. Im Jahr 2013 hat MAPAI einen Verhaltenskodex erstellt und in der gesamten MAPAI-Gruppe implementiert. Dieser setzt den Standard hinsichtlich sozialer Verantwortung und ethischen Werten. Wir garantieren eine technische Unterstützung vor Ort und einen einzigartigen Beratungsservice, um die Anforderungen unserer 60.000 Kunden zu erfüllen. Jedes Jahr organisieren wir tausende von Schulungen, Seminaren und Tagungen für Architekten, Ingenieure, Fachhandelspartner und Verarbeiter. Wir bewerben unser Unternehmen und unsere Produkte mit den effizienten Mitteln zwischenmenschlicher Kommunikation und nutzen dabei modernste multimediale Kommunikationsmittel. Wir haben eine Leidenschaft für Kultur. Für uns ist sie einer der wichtigsten Aspekte einer zukunftsfähigen Gesellschaft. Sie fördert Verständnis und erlaubt es, eine bessere Welt zu erschaffen. Wir leben Sport als einen kraftvollen Träger für unser Image und unsere Werte. Disziplin, Engagement mit einem ethischen Leitbild. Auf der ganzen Welt hat sich die ökologisch-nachhaltige Baubranche dafür entschieden, die MAPAI-Technologie zu nutzen. Zertifizierte, hochtechnologische Systeme, die ihre Haltbarkeit über Jahre aufrechterhalten. Wir sind all das. Wir sind MAPAI. MAPAI.